Herzlich Willkommen! Zwei Fragen, die dein Leben sofort verändern können. Die erste Frage, was belastet dich gerade jetzt? Bewusst erkennen, es sehen, es fühlen. Und die zweite Frage, welche Qualität hilft dir jetzt? Und das in einem Zustand der Herzkohärenz. Dann kannst du sofort die Transformation spüren. Wir machen das gleich. Leg die linke Hand auf dein Brustbein, wo du immer gerade bist. Schau, dass du dich hinsetzen kannst auf dem Stuhl oder Kissen. Schließ die Augen, damit du kohärent bist, im Herzen bist. Atme langsam, entspann durch dein Herzen ein und aus. Binde ein Rhythmus, wo du dich wohlfühlst. So nach wenigen Atemzügen, Herzatmung, kommst du in die Ruhe. Und dann kommst du in die Klarheit. Und dann kommst du in die Wachheit. Und dann kommst du in die Weisheit. Und nun frage dich, was belastet dich jetzt in deinem Leben? Hör auf dein Herz. Komm nicht ins Denken. Und wenn du es spüren kannst, was dich belastet, dann hilft dir das, dass es zu erkennen ist, zu spüren. Es darf jetzt sein. Mach es dir ganz bewusst. Und nun atme einige Atemzüge wie durchs Herz ein. In jedem Hausatmen darf es sich lösen, dass es sich stresst. Zum Beispiel Sorgen, oder Angst, oder Wut, Unklarheit, was immer jetzt gerade dich stresst oder belastet, darf sich jetzt lösen. Durch die Herzatmung. Es bewusst fließen lassen. Und dann kommt zur zweiten Frage, die dein Leben verändern kann. Was hilft dir jetzt am meisten? Ist es Vertrauen? Ist es Klarheit? Ist es Offenheit? Ist es Zuversicht? Hör auf dein Herz und schau, ob du eine Antwort findest. Wenn ja, wiederhole das jetzt innerlich. Klarheit oder Zufriedenheit. Wiederhole es und fokussiere dich ganz auf den Herzraum, da wo die Hand ist. Öffne dich im Herzen für diese Qualität. Das, was dir wirklich hilft. Jetzt. Lass es tief sinken ins Unterbewusstsein. Wenn du dich etwas ablenkst, komm zurück. Wiederhole es mental. Das, was dir wirklich gut ist. Und dann schau noch mal, wie fühlst du dich, wenn diese Qualität in dir wachsen kann. Das, was dir jetzt gerade hilft, wenn das jetzt viel Raum bekommt, bewusst wird, sich verinnerlichen kann. Wie fühlst du dich dann? Und wie handelst du dann jetzt? Dann öffne langsam die Augen, löse die Hand. Und das wünsche ich dir kurz innehalten. Was belastet dich? Und was hilft dir jetzt? Und dann verändert sich dein Leben sofort. Du bist in deiner Energie. Whew. Dann let's kümmere.